Okay, jetzt kann es ein bisschen unübersichtlich werden, aber ich schaue mal, ob ich das richtig durchblickt habe. Im Jahr 1998 ist Mandrake Linux veröffentlicht worden von der französischen Firma Mandrake Soft, beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Mandriva. Dann im Jahr 2011 wurde wohl das letzte Mandriva Linux veröffentlicht in Kooperation mit dem russischen Partner Rosalab. Rosalab hat sich danach den Quelltext, also den Quellcode genommen und hat dann Rosa Linux später noch herausgebracht. Der Rest, die Mandriva-Fans, haben dann quasi ein Community-Projekt eröffnet und haben sowohl den Rosa Quellcode als auch den original Mandrake Quellcode genommen und dann entsprechend ein Nachfolgesystem veröffentlicht namens Open Mandriva. Und als zweites noch Magira, was wir vielleicht in einem anderen Video mal machen können. Und um Open Mandriva soll es jetzt gehen. Gut, da bin ich mal gespannt. Und doch bevor es losgeht, hier nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt immer noch den, so ein Typ im Internet, Matrix Space. Einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen. Führt dich auf eine Seite, wo du dann aussuchen kannst, welches Chat-Programm du nutzen möchtest, um den Space eben beizutreten. Ohne jetzt lange weiter rumzureden. Knapp dir einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Hier ist wieder so ein Typ im Internet. Und heute schauen wir uns mal Open Mandriva an. Denn Open Mandriva hat jetzt in diesem Monat, in diesem Februar 2022, ein Update erfahren und ist auf Version 4.3 geupdatet worden. Und da bin ich mal gespannt, was uns mit diesem Update erwartet. Auf der Seite openmandriva.org kommt man dann im Prinzip auf die Hauptprojektseite. Diese ist natürlich auf Englisch. Und ganz unten kann man die Seite auch auf Deutsch umschalten. Allerdings sieht es so aus, als wenn das nichts bringt. Denn es bleibt trotzdem alles weiterhin auf Englisch. Oder ich mache hier irgendwas falsch. Wie dem auch sei, ein Klick auf Download führt dich dann auf diese Seite hier, und zwar in das Open Mandriva-Wiki. Und hier hast du dann die Möglichkeit, entweder direkt von sourceforged.net die ISO herunterzuladen oder als Torrent über den Anbieter archive.org. So, dann gehen wir einfach mal auf archive.org. Da bin ich einfach draufgegangen, weil ich gerne immer Torrents herunterlade. Denn Torrents verhindern das Überlasten von den gemieteten Servern dieser Projekte. Gut, so, hier im Internetarchiv finde ich dann im Prinzip zwei ISOs. Einmal die Plasma Zenver 1 oder ZN Fair 1 und einmal ganz normal x86-64. Also, es ist so, diese ZN Fair 1, das ist ein Kernemodul, was quasi schon in die Distribution dann mit reingeladen ist. Und ist ein Modul, das sich speziell auf AMD Prozessoren, auf aktuelle AMD Ryzen Prozessoren, AMD Threadripper und die AMD Epic Prozessoren konzentriert. Das heißt, wenn du einen aktuellen AMD Prozessor hast, also AMD Ryzen, AMD Threadripper oder einen AMD Epic Prozessor hast, dann nimmst du ZN Fair 1. Hast du einen Intel Prozessor oder irgendeinen anderen Prozessor, dann bitte unbedingt die x86-64 nehmen, denn ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Da ich OpenModriver jetzt in einer virtuellen Maschine installieren werde, nehme ich ganz normal die x86-64-Version. So, hier habe ich im Prinzip den Download schon gestartet. Der lädt mir quasi einen ganzen Ordner herunter, wo eine Menge Inhalte sind. Das ist ungefähr 3 GB groß, muss man ein kleines bisschen warten. So, während OpenModriver noch am Herunterladen ist, können wir uns gleich schon mal ein paar Sachen anschauen, was denn so Neuerungen sind. Was ist denn neu in der Version 4.3? So, OpenModriver ist jetzt hier schon vollständig heruntergeladen. Sehr schön. So, also hier steht KDE Frameworks 5.90, das ist okay, und KDE Plasma 5.23.5. Ich weiß, dass wir jetzt aktuell tatsächlich schon auf Plasma 5.24 sind. Das ist jetzt ebenfalls quasi ganz neu rausgekommen, aber ich denke mal, das hat sich einfach überschnitten und OpenModriver war bereits fertig. Die ISOs waren bereits fertig, als KDE Plasma 5.24 rausgekommen ist. Allerdings ist das KDE Gear, das sind also die ganzen KDE Anwendungen, wie zum Beispiel E-Mail-Programm und so weiter. Diese ist hier ebenfalls auf der aktuellsten Version 21.12. Das heißt, somit haben wir, wenn ich das hier einfach mal so herunterscrolle, ein sehr, sehr aktuelles System an der Hand. Gut, heruntergeladen befindet sich im Download-Ordner dann ein Ordner namens OpenModriver LX und so weiter. Und innerhalb dieses Ordners befindet sich dann zum einen die ISO-Datei, die wir jetzt gleich einladen, und dann noch ein paar Bilddateien, Metadateien und hier halt das schöne Logo als PNG-Datei, die werde ich wahrscheinlich im Thumbnail benutzen. So, dann einmal rüber zu, wo haben wir es? Hier, zu unserer virtuellen Maschine. Und dann werde ich jetzt hier das ISO-Abbild einfach mal heraussuchen. Die ISO dann einmal wurde nicht detected. Dann einfach generisch, OK. Also gebe ich ungefähr 8 GB RAM-Speicher und 6 Kerne von meinen 12 Threads. Ich weiß, dass so viel gar nicht notwendig ist, aber ich möchte natürlich auch, dass hier während der Präsentation alles smooth und schnell läuft. 50 GB Festplattenspeicher, denke ich mal, sollte völlig ausreichen. Und dann haben wir hier noch die Befreiung, Netzwerk und fertig. So, das Ganze möchte ich als UEFI-Installation wieder machen, weil ich finde, das macht so am meisten Sinn. In der heutigen Zeit dann hier einmal alles aktivieren. So, IDE wird nicht funktionieren. Ich muss es mindestens auf SATA hier umschalten, auf SATA oder auf WIRT-IO. So, dadurch, dass ich jetzt gleich KDE installiere, wird möglicherweise der QXL-Treiber nicht funktionieren, da der QXL-Treiber bei KDE ein bisschen Probleme hat, die Auflösung anzupassen. Deswegen wähle ich hier WIRT-IO aus und dann funktioniert das auch. Und dann können wir die Installation beginnen. So, hier haben wir einen, ja, wunderschönen Bootloader-Screen mit Blümchen. Und wir starten direkt mal in die Language Selection. Mal schauen, ob das was bringt. Wir sind hier Deutsch, UTF-8. Keyboard-Layout ist ebenfalls German und ganz normal. Und dann können wir starten. Haben wir sonst noch was, was ich einhagen könnte? E wie Edit. Ja, ich könnte hier die Auflösung nochmal eintragen. So, 1920 mal 1080. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, ob das jetzt sinnvoll ist, ob der das dann auch übernimmt. Werden wir gleich sehen. Und mit STRG-X kann ich hier wieder raus oder mit F10. Und dann können wir einfach laden. Das System. So, und das mit der Auflösung scheint geklappt zu haben. Zumindest sehe ich jetzt, hat das eben Vollbild gehabt. Aber dann ist er doch wieder zurückgesprungen. Das ist, wow. Was für eine Melodie. Wahnsinn. Also, auf Deutsch ist aber alles. Das hat tatsächlich geklappt. Lediglich mit der Auflösung. Das hat nicht so ganz hingehauen. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Dann werden wir ganz fix bei Anzeige und Monitor dann die Auflösung nochmal schnell manuell anpassen. So, das hat auch geklappt. Das hat auch geklappt. Einmal beibehalten. Sehr schön. Und hier befinden wir uns jetzt im Prinzip, ja, auf der Live-DVD. Es wirkt auch alles sehr sauber und sehr schnell schon. Das finde ich sehr, sehr gut. Diesen Willkommensbildschirm werden wir wahrscheinlich nach der Installation wiedersehen. Deswegen werde ich den jetzt erstmal schließen und hier auf das System installieren gehen. Diesen Installer, den kennen wir bereits. Das ist der Calamaris-Installer. Den haben wir bereits auch schon beim letzten Mal, beim Sonntags-OS mit Peppermint-OS. Hier oben kannst du es nochmal sehen. Da haben wir das auch schon kennengelernt. Das war im Prinzip derselbe Installer. Macht natürlich Sinn, denn dieser ist wirklich sehr, sehr gut und einfach. So, Berlin ist der Ort meiner Wahl und die Tastatur, da können wir das Ganze so lassen, wie es ist. Und hier hat er auch schon erkannt, dass es sich um eine EFI-Installation handelt. Der hat meine Festplatte gefunden und ich werde jetzt hier auf Festplatte löschen gehen und kann jetzt hier aussuchen, ob ich einen Swap haben möchte oder nicht. Ich sage, ich möchte eine Auslagerungsdatei verwenden. Dann wird er nämlich ein Swap-File bei der Installation erstellen. Gut, das genügt mir erstmal soweit. Ich mache weiter und jetzt möchte der natürlich alles von mir wissen, um einen Account anzulegen. Ich wähle den Benutzer-Typ. Das, äh, der Name des Computers, ja, den nehmen wir einfach Open Mandriva. So werde ich dann im Netzwerk gegebenenfalls gefunden. Dann wählen wir noch ein super sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ aus und lassen hier alles so, wie es ist. Nutze das gleiche Passwort auch für das Administrator-Konto. Also, jawohl, ich will keinen separaten Root-Account haben. Also hier auf Weiter und Installieren. So kann ich rückgängig gemacht werden, das ist klar. So, keine Minute später war er auch schon fertig, obwohl er auf diesem, ja, Installationsbildschirm die ganze Zeit stand, dass die Installation eine Viertelstunde dauern wird, wahrscheinlich. Und, äh, ja, dem ist natürlich nicht so, Gott sei Dank. Und ich klicke auf Neustart und erledigt. Dann wollen wir mal das System neu starten. So, hier haben wir wieder unser Boot-Menü. Ich bin mal gespannt, was hier bei System Setup drin steht. Ich bin auch mal so neugierig. Okay, dann komme ich einfach in das BIOS rein oder in das EFI-Menü des Rechners. Gut, das brauchen wir dann nicht. Dann können wir hier einfach auf Continue und dann sind wir wieder zurück. Gut, dann einfach auf Weiter. Ein sehr, sehr schönes Boot-Menü, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr. Und hier sind wir auch schon beim SDDM-Anmelde-Bildschirm für KDE-Plasma. Und hier unten gibt es schon eine kleine Auswahl. Einmal Plasma X11 und Plasma auf Wayland. Im Idealfall ist natürlich Wayland mittlerweile zu bevorzugen, denn Wayland ist wirklich sehr, sehr gut. Allerdings gibt es noch so die kleineren Problemchen, gerade in Zusammenarbeit mit KDE-Plasma. Wayland auf GNOME funktioniert mittlerweile schon tadellos. Ich lasse jetzt aber X11 schon alleine, weil ich in einer virtuellen Maschine bin und es dann immer zu kleineren Problemen kommen kann. So, das Passwort einmal herein und dann starten wir Open Mandriva, die Oberfläche. Wunderschön. Ja, das ist das, was mich bei KDE persönlich auch immer so ein kleines bisschen stört. Und zwar, dass bei dem Anmelden, bis man auf dem Desktop-Bildschirm ist, dass das so eine Weile dauert. Ich weiß halt nicht, was ja da so im Hintergrund jetzt alles lädt, dass das immer so lange dauert. Also da finde ich bei anderen Desktop-Umgebungen oder auch Fenstermanagern geht das deutlich schneller. Aber gut, dann als allererstes mal ganz fix die Auflösung wieder angepasst. Einstellungen, Systemeinstellungen. Dann alles runter, Anzeige und Monitor. Man sieht hier ist auch wieder alles auf Deutsch. Das hat alles problemlos geklappt. Einmal anwenden, beibehalten und fertig. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, wir haben gar kein Hintergrundbild. Das ist einfach nur schwarz. Das ist aber sehr, sehr seltsam. Denn ich denke mal, das ist so auch gar nicht vorgesehen. Ich kann auch auf dem Desktop keinen Rechtsklick machen. Sehr, sehr, sehr seltsam. Aber vielleicht müssen wir erstmal dieses OpenMond Reaver Welcome einmal durchlaufen lassen. Und ja, das machen wir einfach mal. So, okay, ja. Hier wird mir gesagt, was OpenMond Reaver ist. Okay, weiter. So, hier ist die Beschreibung des Kernels, welcher Kernel installiert ist, welche Plasma-Version und so weiter. Okay. Frische Pakete. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Okay. Dann haben wir hier ein Bug-Report-Tool. Da kann ich dann mal den Blick reinwerfen. Ah, okay. Es wurde quasi eine Log-Datei erstellt. Interessant. So, was haben wir hier? OpenMond Reaver Repo Picker. Das will ich auf jeden Fall mir mal anschauen. So sieht das Ganze aus. Und hier kann ich jetzt aussuchen, habe ich ein Rock Rolling Release oder Cooker. Rock ist quasi das normale Stable Release quasi. Rolling ist dann ähnlich, wie man das bei Arch kennt. Das ist dann das Neueste der neuesten Software, wenn man dieses Repository oder diesen Update-Channel auswählt. Release behält das System auf die Release-Version zurück. Das heißt, das ist ja wirklich sehr, sehr stable. Oder auch, ja, das ist das, was man vielleicht als LTS kennt dann oder begreifen würde. Und Cooker ist dieser Channel, also quasi der Testing-Branch. Ja, wo man also wirklich noch vor Veröffentlichung schon Updates ziehen kann, bevor die Updates eigentlich wirklich veröffentlicht werden. Wobei, hier gibt es nochmal ein separates Testing-Repository. Aber ich nehme mal, Cooker ist wirklich das Neueste vom Neuesten. So, hier kann ich auch noch Repositories wie zum Beispiel die Non-Free-Sachen aktivieren. Das würde ich sogar gerne machen. Nö, das andere bleibt so, wie es ist. Hier kann ich mir jetzt einen Browser noch auswählen, welchen ich haben möchte. Den Brave-Browser zum Beispiel, Google Chrome. Den Microsoft Edge-Browser, warum auch immer ich den brauche. Skype und noch den Skype-Messenger, die Beta-Version. Ich will aber von denen jetzt keines haben. Also sage ich jetzt schon einmal auf OK. So, was haben wir hier? Desktop-Presets. Hier kann ich jetzt zwischen den verschiedenen Presets hin und her wechseln. Okay, jetzt möchte er wahrscheinlich updaten. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? KDE-Plasma anwenden. So, OK. Ja, und so wie es aussieht, muss ich mich dann einfach nochmal neu anmelden, damit das Ganze funktioniert. Und jetzt habe ich auch KDE-Plasma, ich sage mal die Vanilla-Version, sagt man dazu. Das ist dann quasi die reinste Form von KDE-Plasma. Ja, und mich interessiert, wenn ich jetzt wieder auf Open Mandriva zurückschalte, ob dann wenigstens ein Hintergrundbild angezeigt wird. Jetzt nochmal auf Anwenden. Jetzt kommt wieder die Musik. Ha, und das ist ja interessant. Jetzt haben wir auch das Standard-KDE-Desktop-Hintergrundbild. Jetzt funktioniert aber auch der Rechtsklick, der ja eben nicht funktioniert hat. Aber es ist alles in diesem Light-Modus. Hm, das ist interessant. Nicht, dass ich hier jetzt versehentlich einen Bug entdeckt habe. Aber schauen wir doch mal durch, was wir sonst so haben. Wir haben einmal Ubuntu. Ja, nehmen wir mal Ubuntu. Das will ich jetzt mal auch gucken. So, dieses Preset depends on ein Icon-Theme, was wir wahrscheinlich nicht installiert haben. Und der das gerne noch nachinstallieren möchte. Okay, kein Problem. Gucken wir mal. Und wieder einloggen. Dann die Musik. So, und dann haben wir quasi KDE-Plasma im Ubuntu-Unity-Stil. Wir machen nochmal weiter hier. Allerdings muss ich sagen, ist das Ganze irgendwie nicht so ganz flüssig, will ich mal sagen. Ah, hier oben ist irgendwie die Leiste, die so ein bisschen überlappt. Hm, also das sieht alles noch so ein bisschen unfertig aus. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Sei es aber drum, ich interessiere mich jetzt für, machen wir mal Windows 10. Anwenden. Okay, hier müssen auch wieder ein paar Sachen nachgeladen werden, nachinstalliert werden. So, jetzt habe ich immer noch den Standard KDE-Plasma-Hintergrundbild. Und dafür gibt es jetzt hier eine dunklere Leiste, die tatsächlich immer noch so aussieht, so ein Stück weit wie die Standard KDE-Plasma-Leiste. Nur diesmal ein bisschen schöner designt. Hier anstatt dem KDE-Plasma-Logo gibt es das OpenMondriva-Logo hier als Start-Button. Und ja, dann hier haben wir dann quasi das Menü entsprechend im Stil von Windows 10. Wenn ich hier draufklicke, habe ich dann auch tatsächlich das mit den Buchstaben, wo ich dann hier entsprechend alphabetisch auf das Richtige hinspringen kann. Aber ich kann hier auch in Kategorien weiter ein, umwechseln, umschalten, so dass das Ganze dann hier in Kategorien aufgelistet ist. So, ich bin jetzt wieder zurückgewechselt auf das ganz normale Mandriva-Layout mit dem KDE-Plasma-Hintergrund. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was dieses OM-Welcome sonst noch so alles Schönes zu bieten hat. Hier gibt es ein Update-Configuration-Tool. Und hier habe ich dann die Möglichkeit auszuwählen, ob die Updates überhaupt nicht automatisch installiert werden sollen, ob sie automatisch installiert werden sollen. Oder ob sie nur heruntergeladen, aber von mir manuell installiert werden sollen. Und ich glaube, das ist immer noch die bessere Alternative. Das kann man auch so eintragen. Okay. Und dann gibt es das Control-Center, das Mandriva-Control-Center. Das ist interessant. Das sieht fast so aus wie das Welcome-Center, aber es ist ein bisschen anders. Und hier wird dann beschrieben, was das Control-Center so alles macht. Leider scheinbar nur noch auf Englisch. So, hier kann ich Anwendungen mit dnf-drake installieren. Und dnf-drake ist aber gar nicht installiert. Das ist sehr, sehr schade. Dann gibt es hier Install-Applications mit dnf-dragora. Auch hier möchte ich mal schauen. Aha, dnf-dragora ist so ein bisschen wie die Synaptics-Paketverwaltung von Debian, was man so kennt. Debian und Ubuntu, ja, da hat man ja auch Synaptics. Und ich nehme mal an, das wird so ähnlich sein. Also es sieht zumindest quasi zu 100% auch so aus wie die Synaptic-Paketverwaltung. Hierüber kann ich dann ebenfalls Anwendungen installieren. Okay, gut zu wissen. So, hier habe ich dann nochmal den Repository-Picker. Und hier kann ich ein Backup durchführen mit k-backup. Mich würde jetzt aber interessieren, was dnf-dragora ist. Also werde ich mir mal schnell ein Terminal aufrufen. Und mal schauen, ob ich dnf-dragora installiert kriege mit sudo dnf-install dnf-dragora. Mal schauen, ob das funktioniert. So, letzte Prüfung und so weiter. dnf-dragora, keine Übereinstimmung gefunden, kein Treffer gefunden. Ja, dann wollen wir doch mal herausfinden, wie wir dnf-dragora jetzt hier zum Starten kriegen. Dazu brauche ich einen Browser. Welchen Browser haben wir? Denn wir haben den Falcon Web Browser. Das ist der neue KDE Browser. Der soll sehr, sehr gut sein. So, und dann schauen wir mal. Install dnf-dragora. Wir können das auch klein schreiben. dnf-dragora. Schauen wir mal. Aha, OpenMandriva-Wiki. Das ist schon mal sehr gut. So, how to install dnf-dragora. In OpenMandriva-Linux. Auch hier ist wieder ganz klar, man sollte dem Englischen ein kleines bisschen mächtig sein, damit man hier entsprechend auch durchkommt. So, hier steht, ich soll in das OM-Welcome, dann auf Applications, Utilities und dann auf, ja, auf was? dnf-dragora. Ah, okay, dann das machen wir doch mal. Also, Welcome, Anwendungen, Werkzeuge und dnf-dragora. Passwort rein. Work in process. Okay. Ja, und kriege ich irgendwie auch gesagt, wenn der fertig ist? So, was haben wir hier sonst noch? Ah, okay. Work in progress. Please wait. Step 2 steht jetzt hier schon. Okay. Und please wait until the process is done. Okay. Dann warten wir nochmal. Und dann müsste jetzt gleich ein Fensterchen kommen mit der Meldung Installation succeeded. Oder Installation succeeded. Und da ist es auch schon. Okay. Super. Okay, das war einfach. So, so lala einfach. Und hier zeigt er mir jetzt auf, wie ich dann dnf-drag verwenden kann. Ich gehe also entweder über das Menü-System oder auch über die, über das OpenMandriva-Control-Center. Genau, und das hatten wir ja schon offen. Hier, ne? Install Applications with dnf-drake. Und hier haben wir dnf-drake. Jetzt lädt er die Pakete. Und ich bin mal gespannt. Gut, hier wird mir jetzt soweit nichts angezeigt. Das heißt, hier werden also keine Applikationen aufgelistet, sondern möglicherweise kann ich ein dnf-paket herunterladen, zum Beispiel irgendwo von einer Entwicklerseite und dieses Paket dann mit Hilfe von dnf-drake entsprechend entpacken und installieren. Für Leute, die Debian und Ubuntu nutzen, ist das ähnlich vergleichbar wahrscheinlich mit den DEP-Paketen, die man ja ebenfalls herunterladen und dann entsprechend mit einem, mit dem DEP-Paketinstaller dann entsprechend die Pakete installieren kann. So, deswegen wird jetzt hier nichts angezeigt, weil er gerade eben auch nichts zu tun hat. Ist aber nicht so schlimm. Zumindest haben wir dnf-drake jetzt installiert gekriegt und mit ein bisschen herumlesen. Und ja, im Prinzip einer einfachen Google-Suche hat uns dann direkt auch geholfen. So, First Start, hier steht dann auch nochmal, was hier so gemacht wird. Rolling Cooker, hier kann ich das Rolling Cooker aktivieren, steht hier. Ich kann Extras aktivieren und so weiter und so fort. Wenn dich das wirklich interessiert und du da einfach ein bisschen dich ausprobieren möchtest, dann ist das Wiki auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Installiere ruhig Mandriva Linux mal in eine virtuelle Maschine, das Open Mandriva, und probiere das einfach mal aus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man hier dann die Extras noch installieren. Wir können es ja einfach mal ganz fix durchgehen. Wir können hier die Extras durchgehen. Wir können dann sagen, okay, update den Cooker. Und ja, und einmal Apply. Dann gehe ich auf Distro Sync. Und Distro Sync sorgt dafür, dass diese Sachen jetzt hier in der Konsole quasi ausgeführt werden sollen. Also einmal wird mit sudo dnf-clean-all, das heißt, die Abhängigkeiten werden erstmal bereinigt. Danach wird nur dnf-clean-all, also auch auf Nutzerebene alle Abhängigkeiten bereinigt, denn der macht da einen großen Unterschied. Dann wird die Repo-Liste aktualisiert mit dnf-repo-list. Die wird dann eingelesen, synchronisiert und aktualisiert. Und dann wird mit sudo dnf-refresh-allow-erasing-distro-sync werden dann die ganzen Repositionen synchronisiert und mit dem System quasi nicht nur abgeglichen, sondern auch auf dem System dann entsprechend ersetzt. Und gerade dieser Allow-Erasing sorgt halt auch dafür, dass veraltete Abhängigkeiten auch gelöscht werden dürfen. Und das kann auf einem Rolling-System oder auch auf einem Cooking-System manchmal vielleicht zu Problemen kommen, wenn versehentlich Abhängigkeiten deinstalliert oder gelöscht werden, die eigentlich ein anderes Stable-Programm benötigen. Deswegen sollte gerade mit diesen, ich sag mal, edgy-Repositories, also mit den neuesten von neuesten, mit diesem Cooking und diesen Rolling-Releases immer ein bisschen vorsichtig gehandelt werden. Wer sich da unsicher ist, was er hier tut, dann doch lieber alles so lassen, wie es ist. Und lieber auf den, sag ich mal, Stable, auf diesen sogenannten Rock, auf den Rock-Listen-basieren. Rock, also stabil wie ein Stein quasi. Ja, gut, dann Passwort rein und einmal ausgeführt. Und jetzt werden hier die Rock-Updates, hier sieht man das auch nochmal, werden dann hier ebenfalls synchronisiert nochmal. So, hier zeigt er mir nämlich jetzt an, was hier alles aktualisiert wird. Einmal Dolphin zum Beispiel, dann ein paar Audiotreiber. Hardware-Probe wird aktualisiert, ein paar Bibliotheken und ja, der Welcome-Screen selber auch. Dann einmal Ja. Und dann können wir hoffen, dass mir das System jetzt hier nicht hops geht. So, fertig. DNF-Drake works for you. Okay, super. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt werden die Pakete nochmal synchronisiert. Und ja, und dann ist das Ganze quasi fertig. Und auf diese Art und Weise kann ich mit DistroSync eben auch das System updaten. Gut, machen wir weiter. Hier beim Control Center, das schließe ich jetzt erstmal wieder. Also hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Das ist wirklich unglaublich. So, wir hatten Desktop-Presets und Konfiguration, Control Center gehabt. Das Bug-Report-Tool hatten wir ebenfalls schon gehabt. Dann gibt es den nächsten Punkt, Konfigurieren. Hier habe ich quasi Zugriff auf die, also schnellen Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen, die ich eben so brauche. Wie zum Beispiel eben die Anzeigeeinstellung. Die haben wir ja bereits durchgeführt. Oder hier kannst du eben auch einen Drucker hinzufügen. Denn Caps ist ebenfalls vorinstalliert. So, bei Anwendungen waren wir ja jetzt gerade schon drin. Hier hast du dann die wichtigsten Anwendungen, die man so gebrauchen könnte, schon mal von OpenMadriva LX vorgeschlagen. Eine Selection Remade for You. Also eine Auswahl, die wir schon mal für dich getroffen haben, die dich interessieren könnte. Wie zum Beispiel Homebank. Also ein Programm, wo du deine Finanzen quasi im Überblick behalten kannst. Natürlich kostenfrei. So, dann gibt es noch Grafiken. Ein bisschen komisch geschrieben mit PH und dann K. Ich nehme mal an, das wird einfach nur ein Übersetzungsfehler sein. Aber hier gibt es dann die üblichen Verdächtigen wie Gimp, Inkscape und Blender. Aber auch LibreCut für die Cut-Anwendung. Ein alternatives Programm zu, ich nehme mal an, Digicam. Nämlich Photo XX. So, hier haben wir dann eine Auswahl an Browsern bereits, wie zum Beispiel den Firefox oder auch den Chromium Browser. Vorinstalliert hatten wir ja gerade schon gesehen, ist der Falcon Browser. Dieser basiert auf der Chromium Engine und ist quasi ein KDI-eigener Browser. So, dann gibt es noch ein Micro-Blogging-Client. Das ist quasi so ein Twitter-Client, könnte man sagen. Skype, Telegram, wenn man das braucht. Oder eben Quaternion, ein Instant-Messaging-Client für Matrix-Protokoll. Und das ist ein Programm, das dich durchaus interessieren könnte. Denn mit diesem Chat-Programm kannst du ebenfalls auf den so einen Typ im Internet Matrix-Space zugreifen. Und ich werde mich jetzt mal hier einloggen. So, jetzt habe ich mich mal hier in Quaternion angemeldet, in meinem Matrix-Space. So würde das Ganze dann aussehen. Hier ganz links hat man dann die verschiedenen Räume, die man selber halt abonniert hat oder dem man selber auch beigetreten ist. Und dann hier in der Mitte, dann das Chat-Fenster. Ich bin jetzt in dem Raum Ankündigungen drin. Ein Raum, der sich ebenfalls in meinem Space befindet. Und hier werden dann immer die neuesten Videos angekündigt. Wie zum Beispiel auch dieses Video habe ich dann hier auch angekündigt. Oder werde ich angekündigt haben. So, und ansonsten gibt es dann noch den normalen Chat-Raum. Dieser ist allerdings verschlüsselt und ich habe die Verschlüsselung jetzt hier nicht freigegeben. Weshalb der Inhalt jetzt hier nicht weiter angezeigt wird. Mit dem, was hier gerade schon geschrieben wurde. Natürlich aus Sicherheitsgründen. Gut, machen wir weiter. Multimedia. Hier gibt es dann noch diverse Codecs und Musik-Player, die man hier noch installieren kann. OBS Studio. Hier ist dann ein Videoschnittprogramm. Eine Editing-Software. OpenShot oder Audacity. Dann hätten wir noch ein paar Entwicklerwerkzeuge, wie zum Beispiel die C++ Compiler Suite, die durchaus sehr wichtig ist für Leute, die eben Anwendungen programmieren. Es gibt K-Develop-Umgebung, eine komplette Desktop- oder Development-Umgebung zum Programmieren, zum Kompilieren und so weiter. Und ja, auch ein Paketbaukasten, den RPM-Paketbaukasten und Qt Designer. So, Direktwerkzeuge gibt es dann eben DNF Drake. Das hatten wir ja eben schon installiert. Dann aber auch noch VirtualBox Wine kann man noch nachinstallieren. und FileZilla an RAR, wenn man das dann braucht, wenn man mit RAR-Paketen arbeitet. In der Regel ist unter Linux ja eher alles in GAN-SIP oder SIP gepackt. Ganz selten ist dieses RAR-Format zu finden. Aber wenn man es braucht, kann man es hier ebenfalls nachinstallieren. Und Stacer finde ich ist ein sehr, sehr schönes Programm zur Überwachung des Systemstatuses. Unter Educational kann ich dann hier noch Stellarium, also ein sehr, sehr gutes, altes Programm für den Nachthimmel installieren. Oder eben Calcium, was wohl das Periodensystem der Elemente ist. So, für die Kleinen gibt es dann noch Gikompre. Das ist tatsächlich auch von einem französischen Entwickler. Das sind so verschiedene Programme und Anwendungen, besonders für Kleinkinder zum Lernen im Umgang mit Computern, mit Zahlen, mit Buchstaben und so weiter. Hier steht es auch, das ist diese Suite für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren. Ja, tatsächlich auch Zweijährige. Für Zweijährige ist da schon was dabei. Und dann gibt es noch Scratch. Das ist quasi ja ein kleines Programm, wo Kinder schon die Programmiersprachen lernen können. Oder zumindest die Programmierlogik lernen können, auf sehr, sehr spielerische, schöne Art und Weise. Und apropos spielerisch, auch hier ist für jeden was dabei. Es gibt dann einige Spiele schon zum Installieren. Warzone zum Beispiel oder Zero AD, ja, also Null vor Christus, sind zwei Strategiespiele. Super Tux, das ist ja sowas wie ein Super Mario Klon, könnte man sagen. Und ansonsten natürlich auch Steam und Lutris. Wenn man Lutris installiert, kann man in Lutris sowohl seinen Steam-Account anmelden, als auch zum Beispiel von Epic Games. Also wenn du einen Account direkt bei Epic Games hast, weil du dort bei Epic Games die Spiele erwirbst, dann kannst du diesen Epic Games Account ebenfalls unter Lutris einbinden, sodass du dann auch über Lutris dann Zugriff auf deine Epic Games Spiele hast. Ist also sehr zu empfehlen. So, soweit zu den Anwendungen. Dann kommen wir noch zu den letzten zwei Obermenüs. Das wäre dann einfach Beitragen. Also wer mitmachen möchte in OpenMond Reaver, der findet dann hier den Link zu den Foren. Du kannst auch mit beim Übersetzen helfen. Ansonsten kannst du mitprogrammieren, wenn du da drin bist. Beim Artwork, wenn du kreativ bist, kannst du auch für OpenMond Reaver dich an der Kunst beteiligen. Für neue Desktop-Hintergrundbilder und so weiter. Backreports, es gibt IRC-Channel, wo man mit dabei sein kann. Oder wenn du wirklich jetzt gar nicht aktiv etwas machen kannst, kannst du zumindest auch etwas spenden. Gut, und hier haben wir nochmal die GNU Public License Version 2. So, als nächstes möchte ich mir noch fix die Hintergrundbilder mal anschauen, ob OpenMond Reaver hier mit einem eigenen Artwork um die Ecke kommt. Und ich sehe hier auch schon, ich nehme mal an, das sollte ursprünglich das Bild sein, was hier als Standard-Hintergrund eingerichtet werden sollte. Das hatte wohl bei der Nacht meiner ersten Installation einfach nicht geklappt. Hier war einfach nur ein schwarzer Bildschirm. Aber das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Es gibt noch so viele andere Standard-Hintergrundbilder, wie zum Beispiel den Gletscher, die Berge, die Alpen. So, die, ich sag mal, immer die üblichen Verdächtigen, was die OpenStock-Bilder angeht. Oder auch hier ein wunderschönes Welttraumbild. Ebenfalls trotzdem mit OpenMond Reaver und Nitrogen-Logo mit drin. Auch sehr, sehr schön anzusehen. Und ansonsten kann man sich aber hier weitere Bilder direkt von KDE herunterladen. Einfach auf Hintergrundbilder holen klicken. Und dann, ja, heißt es einfach durchscrollen, bis man etwas findet, was einem gefällt. Mir gefallen zum Beispiel auch diese City Skylines. Oder ich bin ja auch so ein Fan von dieser Farbe. Ja, da kann man dann hier einfach auf Installieren klicken. Und dann ist das auch schon fertig. Kann ich hier auf Schließen. Und dann ist das Ganze anwenden. Und fertig. Und schon ist das Ganze installiert, passend zu meinem Kanaldesign. Gut, was gibt es zu OpenMond Reaver kurz und knackig zu sagen? Es ist ein, ja, absolut stabiles, sehr, sehr schönes Betriebssystem mit einer wunderschönen, tollen Community. Mir gefällt besonders das Welcome Center und das OpenMond Reaver Control Center, wo man innerhalb von wenigen Klicks auf die wichtigsten Sachen drauf zugreifen kann. OpenMond Reaver ist sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Nutzer geeignet. Man kommt ziemlich schnell damit zurecht, da alles ziemlich logisch aufgebaut ist. Mithilfe der verschiedenen Designs, die meines Erachtens auch noch nicht ganz fertig aussehen, kann man aber schon das Look und Feel so anpassen, wie man es dann selber gewohnt ist. Sei es zum Beispiel der Windows 7 oder Windows 10 Look. Man kann aber ebenfalls auch den Mac Look, den macOS Look sich aneignen hier. Oder wer den alten Unity Look von Ubuntu gerne mag, kann auch diesen hier als Design einstellen. Alles in allem ein super tolles Betriebssystem. Hast du vielleicht schon Mandriva Linux oder sogar das alte Mandrake Linux genutzt früher? Lass es mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen. Oder komme zu mir in den Matrix Space, so ein Typ im Internet. Link in der Videobeschreibung ganz oben. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.